Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück hier zu Starcrystal Agency of the Void. Ja, dann gehen wir doch gleich sofort weiter hier im Text. Ich bin gespannt. Ich lasse eine kleine Aufnahmepause dazwischen und es ist morgens, kann man sagen. Ja, morgens. Morgens klingt gut. Ja, und deswegen kann ich nicht ganz so laut reden, aber das ist, glaube ich, hoffentlich immer noch laut genug. Longing Scream-Tipp, das ist richtig geiler Tipp. Huckelgriff, Schlachtfeld auf Ayoa. Sonnenuntergang. Der letzte Krieg, vor dem ihr uns gewarnt habt, hat begonnen. Sprecht, alter Freund. Was habt ihr gesehen? Ich sah das Ende aller Dinge. Legionen von Hybriden, die Welts um Welt vernichteten. Aus der Finsternis gebohrt ein dunkler Schatten über sie. Amon. Und doch sagtet ihr, ihr könne besiegt werden? Diese Vision spendete Trost, wie eine uralte Stimme, die aus der Ferne rief. Der Schlüsselstein geleitet euch zur Hoffnung. Der Schlüsselstein? Ich sah, wie ein grelles Licht, das Xelnaga-Harte-Wakt auf der terranischen Welt-Koahal offenbarten. Es ist der Schlüsselstein dieser Vision. Am Ende werden sich die Xelnaga-Amon entgegenstellen. Das besagt die Prophezeiung. Dieser Schlüsselstein wird uns zu ihnen führen. Ich habe euch stets vertraut, Zeratul. Doch die Verantwortung als Anführer lastet schwer auf mir. Es gibt Momente, in denen ich mich frage, ob ich wirklich bereit für diese Birne war. Eure Zweifel sind unbegründet, junge Athanis. Stellt euch eure Aufgabe. Nur so werdet ihr der Anführer sein, den wir jetzt brauchen. Bitte James Rayner auf Korahal um den Schlüsselstein. Ich werde unsere Truppen für den bevorstehenden Krieg sammeln. Bei eurer Rückkehr werden die Templer bereit sein. Entaro Tassadar, alter Freund. Entaro Arcanis, Bruder. Zeratul, ihr müsst den Schlüsselstein der Xelnaga von James Rayner beschaffen. Meine Streitkräfte werden die Speer des Adun reaktivieren. Dieses Kriegsschiff wird uns in den bevorstehenden Schlachten unschätzbare Dienste leisten. Möge Tassadars Schatten euch verbergen, mein Freund. Aha, okay. Auf der Folge schließen Sie die Mission der Schatten wechseln. Er kann man die überlegte sie ab. Ab und zusammen insgesamt 20 Berserker heran. Und hätte. Okay. Sollen wir mal sehen, der Schatten wechseln auf die Schwierigkeit noch mal alle Gase in den Reihencontainer. Okay. Sollte machbar sein. Sollte. Hett-hett für Fahrradkette, wa? Oh, jetzt gibt diesmal wirklich einen Tooltip. Wow. Die Hetzer sehen so hardcore aus. Nee, gegen Atanas läuft Zeratul so gebückt und so niederkniend, mehr oder weniger. Während Atanas so stolz. Das geraden Rücken, da steht immer. Nee, komm, Ladebildschirm, bitte geh schneller. Los, wir feuern dich an. Lade, Bildschirm, lade. Oh, geht doch. Bis zu drei Sandkönnern haben wir in Ralfeld oder in Wispien, der sie abbauen. Nur mit genügend Arbeitern lassen sich eine Mächte der Armee aufstellen. Jipp. Das scheint mir plausibel. Ich weiß nicht, wie ich da draufkomme. Ja, 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 noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Ja, danke. Das ist genau das, was ich wollte. Die Lehrensucher wurde zerstört. Was hat sich hier zugetragen? Zerg beschützt den dunklen Prelaten. Hm. Dieses Gebiet sollte eigentlich von Zerg gesäubert sein. Hetzer, begebt euch zum nahen Nexus-Punkt und warnt unsere Brüder. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Wie, jetzt habe ich nur drei Hetzer und kein Zeratol? Oh Gott. Ganz wie ihr wünscht. Das schafft ihr. Wieso habe ich das Gefühl? Ihr hat das Spiel gut runter geregelt. Gameplay. Junge, hm? Wie ihr befehlt. Ihr winnet es von Zerg. Seid vorsichtig. Hm. Wir bleiben im Verband. Wir müssen uns auf die andere Seite der Schlucht teleportieren. Jo, haben wir schon. Ja, cool. Im Namen der Rache. Nun gut. Mutalisken feuert mit den Partikeldisruptoren auf sie. Ja, genau das wäre auch mein erster Satz gewesen. Ihr seid auf mich angewiesen. Wir bleiben im Verband. Genau, das ist auch wunderbar. Ja, cool. Ja. 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 der Kala. Dunkelheit breitet sich aus, Exekutorin. Athanis ist in höchster Gefahr. Stellt eine Streitmacht auf und sucht ihn. Carax, mein Phasenschmied, wird euch beim Aufbau des Nexus-Punkts behilflich sein. Ceratol, ihr müsst Athanis retten. Ihr habt nicht genug Mineralien. Dunkler Prella, Ceratol. Ich bin Carax, Angehöriger der Kalaikaste. Freund Carax, wir müssen diesen Nexus so schnell wie möglich einsatzbereit machen. Verstanden. Diese Gebäude erlauben euch, neue Einheiten zu rekrutieren. Doch ihnen fehlt Energie. Befehlt einer Sonde in der Nähe ein... Der Warp-Spalt wurde geöffnet. Die Sonde ist sofort wieder einsatzbereit und kann weiter Mineralien abbauen. Yeah. Tutorial, seriously. Damit er die jetzt zwar nicht gerechnet, aber okay. Der Pylon ist fertig. Er liefert genug Energie, um Bodeneinheiten über euren Warp-Knoten heranzuropen. Ja, das ist gut. Ich hab also... Ich darf überhaupt keinen reinwurpen. Oh, dann bricht den mal lieber ab. Bei mehr Ressourcen ist es mir lieber. Warte. Äh, ja. Um mehr Hetze heranzuwurpen, benötigt die Wesbiengarn-Ausdecker. Sehe in der Nähe euren Mineralfelder. Das wollte er uns sagen. Sehr nett, dass er uns das sagen würde. Ja, gib einfach ab und dann brauchen wir noch einen Pylon. Und ihr drei geht mal da rein. Der Nexus-Punkt wurde wieder aufgebaut. Sobald eure Krieger einsatzbereit sind, solltet ihr mit eure Mission fortfahren, dunkler Prelat. Dunkler der Primat. Beleidigend muss jetzt hier nicht werden. Epische Musik. Als am Anfang erstmal so eine riesige Schlacht und dann... Jetzt bauen wir eine Basis von 0 an. Ich soll 20 Stück insgesamt herwarten. Okay. Könnte ein bisschen dauern. Na komm, fahren wir gleich. Bauen wir gleich noch einen dahin. Wir haben nicht genügend Mineralien. Wir haben nicht genügend Mineralien. Okay. Dann sammelt ihr zu wenig. Ja. Halalala. Errechnen sie die Basis der Templer. Okay. Die Protostadt sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Von diese riesen Pylons. Ja, dein Leben für I.O. das finde ich gut. Selbstmord ist im... Äh, Opferfonds. Zeratul. Die Zerg bewegen sich auf unsere Stellung zu. Macht euch bereit zur Verteidigung. Böge mich die Gerechtigkeit. Wir sind eins mit den Schatten. Genug meditieren. Ich bin die Stimme der Finsternis. Er ist die Stimme der Finsternis, Bro. Nein. Ich bin die Stimme der Finsternis, Bro. Nein. Ich bin die Stimme. Da kann ich nichts machen und Spiele kann ich wahrscheinlich nicht bauen, ja, aber klar. Warum sie dem hier gegeben haben, achso, ohne den kann man kein hätte, okay. Ich bin hier, in den Schatten. Ja, du bist das Herz, du bist die Leere, du bist alles. Oh, ne, ich bin Chuck Norris. Ah, gut. Ein Leere, Pylon. Mit seiner Hilfe kann ich meine Brüder der Nerazim herbeirufen. Dunkler Prelat, wir folgen eurem Ruf. Kalt ist die Leere. Oh, ok, man kann auch einfach hinlaufen. Wir sind die Klepper. Was ist euer Begehr? Ihr seid auf mich angewiesen. Sehr weise. Dann laufen wir wieder dahin. Da kommt noch gar nichts irgendwas. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin die Stimme der Finsternis. Irgendwas mit Finsternis und so, ja. Gut, verstehe ich. Ja, ja, wie viel Herz und so, das ist nicht egal. Sch-Dus, die Wehre. Sche...Du, Sie werden. Faszinierend. Ich bin hier, in den Schatten. Wir bleiben. Der Haku, der Name der Haare. Geh im Bauch. So, wir kriegen sofort eine Basis, die wir angreifen können. Du gut, ich bin die Stimme der Finden. Dann setzt den Wegpunkt mal nach da. Ein Leben für Ajoa. Joa. Ich mag deine Schuhe. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Was ist euer Begehr? Wie ihr befehlt vorher. Faszinierend. Ganz wie ihr wünscht. Mein Leben für Ajoa. Ich mag diese Schuhe. Nein, den da drüber. Faszinierend. Wir bleiben im Verboten. Sehr weise. Wie ihr befehlt vorher. Mein Leben für Ajoa. Die können wir auch alle kommen. Es stehen sogar noch Flugzeuge oben drauf. Ganz wie ihr wünscht. Naja. Orenschinsaal. Jemand mit Rinsaal. Ich bin die Stimme der Freude. Ich bin die Stimme der Freude. Da muss er noch ein Peile. Ich greife. Wie ihr befehlt. Dort. Ein weiterer leeren Pylon. Wir stehen euch zu Diensten, Ceratul. Gut. Ceratul. Leugner der Kala. Was? Ich bin das Herz der Füße. Diese Berserker stehen unter einem seltsamen Einfluss. Die Hybriden scheinen dafür verantwortlich zu sein. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Ja. Mach ich doch grad. Ich versuche immer so wenig Leute zu fallen dem Weg geht. Aber boah. Ich kann hier auch einfach mal rein stürmen. Ich bin eh auf normal. Alles mal daher. Komm schon. Ich krieg dir alles kaputt. Nun gut. Mein Leben für Arjur. Im Namen der Rache. Faszinierend. Also die Hybriden mal wieder hier. Ich. Ihr seid auf mich angewiesen. Na ist der Fall. Das scheint der letzte leeren Pylon in diesem Gebiet zu sein. Wir kommen aus dem Schatten. Oh. Gut. Wenn ihr da drauf steht. Und es hat mitgekommen. Ich meine. Ich hab da kein Problem mit. Ganz wie ihr wünscht. Ich habe die Verschwundenen Templer gefunden. Doch etwas hat ihren Geist verwirrt. Es ist, als stünden sie unter dem Einfluss einer fremden Macht. Selendis! Zeratul, ich kann eure Präsenz fühlen. Die Kala, sie ist von Zorn erfüllt. Eine fremde Macht verdunkelt meinen Verstand. Arthanes, haltet durch. Wir werden euch befreien. Eure Leben sind bedeutungslos. Sinnlos. Ich bewehre euch Erlösung. Armon, der dunkle Gott ist hier, auf Arjur. Er hat Besitz von der Kala ergriffen. Die Templer sind verloren. Dank unserer abgetrennten Nervenstränge sind wir Nerazim als einzige frei von Armons Einfluss. Nur wir können diesem Wahnsinn Einhalt gebieten, Brüder. Chosak Moknul. In Audi, wir müssen Arthanes erreichen. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät kommen. Die Stimmen, sie sprechen zu mir. Von Leere, von Erlösung. Nicht zahlen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Sprecht ihr mich an? Ja, mach ein Gelegengriff. Wir können hier einen Weg finden. Euch gehört meine Ergebnisse. Wie Kala. Wut. Und Zorn. Schatten. Faszinierend. Sehr. Ich suche den Pfad der Erlösung. Die Ehre gebietet es. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ich werde einen Weg finden. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Oder Arthanes. Ich... Ich höre ihn flüstern. Kämpft, Arthanes. Lasst Armon nicht gewinnen. Endloser Hass. Die Kala ist vergiftet. Eure Nervenstränge fesseln euch an seinen Willen. Sie müssen Deutscher entweder. Armon. Dieser Körper, alle Protos, sind meins. Ich werde diesen verkommenen Kreislauf zerschlagen. Und ihr werdet mich nicht daran hindern. Mein Leben für Ajoa. Oh! Oh! Der Schlüsselstein führt euch zu dem Xenaga. Tartuul… Verzeiht mir. Oh nööööö. Jetzt ist der Rettul tot. was ein Mist. Wir haben alle drei Erfolge. Oh, muss der Rat holen. Das muss ich erstmal verkraften. Ja, wie es weitergeht, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Denn ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.